Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas, schaut mal hinter mich. Ich bin im wunderschönen Finale Ligure und stehe gerade auf dem Dach von unserer Bude in Finale. Ich mache hier mal das Intro für euch. Wir sind die nächsten Tage bzw. eine Woche insgesamt hier in Finale Ligure. Heute war unser erster Tag und wir hatten gleich einen Full Day im Hinterland bei Finale Freeride mit den Defendern. Das war ganz geil. Wir waren insgesamt sechs unterwegs. Das war ganz chillig. Wir hatten einen Private Shuttle, weil der Ben da dabei war, den ihr auch meistens vor der GoPros fahren seht. Der war hier mal Guide und kennt sich dementsprechend recht gut aus. Deshalb waren wir ohne Guide unterwegs. Ihr könnt euch natürlich, wenn ihr das machen wollt, aber auch einen Guide dazu buchen. Wir hatten die Hinterlandtour mit dem Defender jetzt bei Finale Freeride. War mega cool, hat richtig Bock gemacht. Geiles Mittagessen gab es auch. Und die Strecken berghoch mit dem Defender sind dementsprechend auch ziemlich abenteuerlich. Aber ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Schneidet euch mal ein paar geile Clips vom Tag heute rein, dass ihr einen Eindruck von den Trails da bekommt. Und ich würde sagen, lang genug geredet. Genießt die Aussicht. Ist richtig geil. Die nächsten Tage wird auch noch gutes Wetter. Das heißt, ihr könnt euch noch auf ein paar coole Videos von mir freuen. Aber jetzt geht's los. Let's go! Das heißt, ihr könnt euch noch auf ein paar Tage. Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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 Oh, 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 oh. Highland Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020